BIM 360 ist die zentrale webbasierte Datenplattform für Anwendungen im Bauwesen. Im Mittelpunkt steht die Datenablage und Verarbeitung im Dokumentenmanagement. Dabei sind Prozesse wie Überprüfungen, Übertragungen und Aufgaben sowie ein integrierter BIM-Viewer die Hauptanwendungen des Dokumentenmanagements neben der Ablage von Dateien. Der Viewer kann Autodesk-spezifische und viele andere 2D- und 3D-Formate darstellen. Eine offene Arbeitsweise ist daher auch möglich. In das Dokumentenmanagement sind bestimmte Prozesse integriert, wie beispielsweise Projektmanagement, Fieldmanagement, Design Collaboration oder Model Coordination. Alle diese Module greifen auf das Dokumentenmanagement und die dort abgelegten Daten zurück. Der Zugriff erfolgt webbasiert, beispielsweise hier über den Google Chrome Browser oder über mobile Endgeräte mit Hilfe von Apps. Somit ist gewährleistet, dass alle Projektbeteiligten immer und überall Zugriff auf alle Daten haben.